Von meinem Haus oben habe ich im Prinzip gesehen, dass ein Blitz eingeschlagen hat, ob es im Haus war. Aber ich habe halt einen Blitz gesehen, der relativ senkrecht ab ist. Und ich vermute, dass der irgendwas zum Entzünden gebracht hat. Also am Anfang war es eigentlich eher wenig. Man hat es fast nur von hinten gesehen, wo es brennt hat. Und auf Anschlag sind halt Dachplatten geflogen, Luft ist dazugekommen. Und dann hat es richtig brennt. Mein Nachbar hat einfach schnell reagiert und hat meine Leute im Prinzip rausgelingelt und dass die rausgegangen sind aus dem Haus. Also falls der Brand grösser war. Das wird wahrscheinlich noch kommen. Das ist halt auch meine Heimat. Ja. Wird kommen. Ja. Vielen Dank.